Hallo und Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2. Wenn euch der Part gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte einen Like da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann eine nächste Folge rauskommt, dann folgt mir bitte doch auf Twitter oder Facebook. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß bei dem Part. Did he say he need me? Bitte sagt mir, dass ihr es aufgenommen habt. Loading Screener des Tourismus. Loading. Loading. Screener. Boah, warte, 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 warte. Boah, ja. Da kann ich abfragen. Hallo, du bist sicher Kales Freund. Ich bin Failset. Schön, dich kennenzulernen. Ich weiß, dass du noch Io gehst. Falls du zurückkehrst, helfe ich dir gerne bei der Wexforsche. Wir konnten den Kram klauen. Nur ein Witz. Alter, hier hast du ja elendig viele Missionen. Alter, ich habe schon plus 999.000. Scheiße. Ich muss ein bisschen was kaufen. Wir machen jetzt das Public Event hier. Kommt's. Machen wir nicht weiter mit der Kampagne. Ja, das Event ist ja gleich voraus. Ich bin unterwegs. Yay, Super Charge. Der Super Charge, Alter. Mega strong. Boop. Oh no, ich war hier oben drauf. Eins, zwei, drei. Für die Puppe ist es auch nicht schlecht. Bubel. Bubel. Oh. Schau mal, wo ich bin, Mütze. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was? Schau mal, das Flugzeug da hinten. Da oben. Ah, da hat noch jemand einen Raketenwerfer. Das sind schlechte Neuigkeiten. Halte sie auf. Ich fahr sie alle um. Ja, immer auf den Papa. Immer auf Papa, immer noch. Oh, da sind Servicos. Nein! Gebt die anderen mal auf und lenke mich ja gerade schon ab. Da kommt irgendwo sein Schild her. Irgendein Servitor muss noch am Leben sein. Ein kleiner. Der ist schon tot. Boom! Geschafft! Wir haben den Servitor aufgebrochen. Zum Glück verursacht der Kontakt mit Aether keinen dauerhaften Schaden. Glückwunsch! Da fickt der. Der ist schon eine Puls-Weapon. Kein Mensch braucht Puls-Weapons. Was steht als nächstes an? Erstmal kurz umrüsten. Moment. Exodos Siege. Oh, das ist jetzt noch die Regierung. S diste. Zamops. What the fuck? Mütze? Bitte was? Du machst das schon. So, HW ist fertig. Auf geht's. Wo gehen wir hin? Exodus Siege. Nesto mag das Teil, he? Vollgas Da muss Level 20 werden Hier ist was Ich weiß nicht, ob ihr es schon freigeschalten habt Ja doch, tatsächlich Peter, in deiner Nähe ist ein getarter Gefallener Neutralisier ihn, wir müssen eine Theorie nachweisen Wissen du Wir haben etwas bei ihm gefunden, es sind die Pau, die nennen der Exodus Flag Yay, Legendary Engram Wir haben erfahren, dass die gefallenen Vorhaben Failsafe's Hauptrechner zu zerstören und Ersatzteile aus ihr zu machen Das werden wir nicht zulassen, wir kommen Failsafe Vielen Dank, die Fortsetzung meiner Existenz ist eine meiner großen Direktiven Es war die Kate Einheit, die die Gefallenen zu mir führte Er hat mich voll auffliegen lassen, das ist alles seine Schuld Pssst, das braucht doch keiner wissen Pesto Ja Mach mal dein Newpon aus Okay, vielleicht sind da irgendwelche Bomben drin Mal innen drin machen Aua Was ist los, Sexybexy? Nix Mützi 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 Wo sind sie denn nun? Da Ja Ich bin in der anderen Seite, die Mausken Ich habe denen die Qualität aufgetaft, aber ich bin in der Kneine unter die nouvelle Sache Ich bin in der Angelegen Das stimmt, was die Frage Das stimmt, was eine Beline Ich bin in der Nähe Ich bin in der Nähe Ich bin in der Nähe Was ist die Frage Ich bin in der Nähe hinter uns ich glaube daher kommen ihre befehle sollen wir die anführer ausschalten was ihr tun müsst attacke die ha die ha die ha die ha die ha BTF? Was ist? Der war übel schnell down Wir müssen da durch Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt Woh! Der Generator Für den Imperator Was? Für den Penetrator? Woh! So und jetzt wahrscheinlich das zu den Generatoren bringen Du rechts ich links Ist ja schon drin Nestor Los Nestor, steck ihn rein Hä? Wo ist der jetzt hin? Einmal mit Nee! Den hatte ich in der Hand und plötzlich lag er wieder da hinten wo er gelegen ist LOOP REPORT REPORT DU LOOP REPORT REPORT DU LOOP Solltest du mal tot vor mir liegen Ich werde dich nicht aufheben ECHO Hallo Boah, fast gehen wir leben. Fuck you, bitch. Also、 ich14f Ich bin gleich da, warte was Boah Boah, Freunde! Ihr seid doch blöd! Böh Keine Chance Keine Chance Ich hätte noch keine Leben mehr Ich wollte noch Ulti drücken, aber Ich hätte keinen Aim gehabt. Outsch. Warte, ich trebe dich gleich wieder hoch Wieso gehen wir weiter? Wir haben einen Klingel! Und wie läuft's? Könnt ihr schon streiken? Nee, streiken! Wir wollen unser Wort ist streiken, ehrlich gesagt Warum nicht? Heute nicht zum Wichsmilchwasserfall Ist mein Ernst, in der deutschen Version heißt das so Wichsmilchwasserfall? Ja, eigentlich Wax Aber der Sprecher hat's irgendwie falsch ausgesprochen Das klingt nach Wichsmilch Geil! Jawoll! Ich denke jetzt einfach mal an das Video Du kannst dich noch erinnern, oder? Echt? Von der Grand Tour, das ich euch mal geschickt hab mit über Wank schicken nach Wedding und was weiß ich Padding & Wedding Wo sie die Ortschaften abfahren Das muss ich jetzt nachher mal raussuchen Das ist so geil Ah Mit Sackratting und Müsstens nach Mund auf Dann nach Sackratting Hardcore Fisting Es gibt auch einen Ort, der heißt Vögeln Das weiß ich Es gibt hier im Umkreis von München auch ein Dorf, das heißt Lederhose Lederhose Katzenkopf oder irgendwas Die Sub-Machine-Gun gefällt mir Okay, machen wir weiter Und ich